Das ist bei mir auch eine Frage. Ja. Ja. Check! In schwierigen Situationen einen kühlen Kopf. Liebe E-Bot, du hast das Gefühl, du reichst ihre gute Laune, ihre Nerven und lassen sich irgendwelche Vollpfosten nicht an sich halten. Den herausragenden Einsatz zum Unzen des Miegel Freilauf Kalka e.V. und des VHK Karabunde Freilauf. Abonniert nach einem daiublichen Sektor zu erwarten. E-Bot! 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 Vielen Dank.